Das bedeutet Body Positivity wirklich. Hier geht es nicht um die historische Bewegung, sondern um drei Wörter, die das Verhältnis zwischen dir und deinem Körper heilen können. Body Acceptance. Nimm deinen Körper an. Und du kennst es doch bestimmt auch, dass man immer denkt, ich bin mein Körper, das bin ja ich. Und mal unseren Selbstwert, unseren Selbsthass und was auch immer definieren wir aus unserem Körper. Mach das nicht mehr, sondern du sagst jetzt nicht, ich bin mein Körper, sondern ich habe einen Körper. Ja, du externalisierst ihn und nimmst ihn aber an. Zweitens, Body Positivity. Wenn ich so runterschaue, dann sehe ich doch immer nur die negativen Sachen. Oder Hüfte zu breit, Arme zu dünn, alles irgendwie doof. Ich kann dir versprechen, die heißesten Instagram Models sehen ihren Körper genauso. Wir sind da alle gleich am struggeln. Und Body Positivity bedeutet jetzt für mich, dass du die positiven Eigenschaften deines Körpers siehst. Du überlegst dir, was ist an meinem Körper eigentlich geil? Sind es deine Augen, sind es deine Haare, sind es deine Nägel, deine Handgelenke? Überleg einfach mal, was gut an deinem Körper ist. Und drittens, Body Love. Liebe deinen Körper. Der macht so viel für dich, der trägt dich rum. Der gibt dir tolle Glücksgefühle, Orgasmen. Es gibt sogar Leute, die können damit Babys machen. Das ist ja eine göttliche Fähigkeit. Und dann behandle deinen Körper auch so, als würdest du ihn lieben. Stell dir vor, du hättest einen Hund. Den würdest du doch jetzt auch nicht Zigaretten im Mund stecken und mit Zucker abfüllen und mit Alkohol und dann irgendwie Fast Food geben. Sondern du würdest gucken, dass er sich gut ernährt, dass er viel Auslauf hat. Und so behandle bitte auch deinen Körper, als würdest du ihn lieben. Wenn du die drei Schritte gemacht hast, wirst du feststellen, dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht. Aber vielleicht verspreche ich dir, dass ich das bei mir mache und du versprichst mir dann, dass du das jetzt auch machst. Dass du einfach daran arbeitest und immer, wenn du irgendwie eine toxische Beziehung zu deinem Körper hast, dann denkst du Body Acceptance, Body Positivity und Body Love. Und jetzt schreibst du mir bitte, was positiv und schön an deinem Körper ist.